Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das sind mindestens 45 Grad. Kein Wunder, dass der Pick-up verreckt. Das bestimmt irgendwas geschmolzen. Nichts. Wir haben noch ungefähr 20 Jellybeans und ein Viertelliter geschmolzenes Eis. Damit halten wir die nächsten 10 Minuten durch. Und? Wie läuft's denn in der Hochfinanz? Kann mich nicht entscheiden, ob mir mehr nach Selbstmord oder Amoklauf ist. Weißt du, was ich immer wollte? Was? Ein Iroh. Alter. Halt! Wenn Sie irgendwas zu essen hätten oder zu trinken, irgendwas oder uns mitnehmen können... Ich dachte, die, die, die nimmt uns mit. Deinetwegen sitzen wir hier fest. Halt's Maul! Du hast ein Messer gezogen. Bist du irre? Du hast versucht, mich umzubringen! Hey! 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 Komm runter, Mann! Runter, komm! Mitten in der Wüste, ohne Essen und Trinken! Du kannst meine Frau nicht leiden und wir zwei sehen uns nicht mehr. Also soll ich mich scheiden lassen, ja? Du hast buchstäblich das erstbeste Chick geheiratet, dass du über den Weg gelaufen ist. Ich hab mich verliebt. Es war Panik. Du willst also schön weiter an deine Scheiße glauben. Barsha! Hör auf, Kater! Komm schon! Run!